so ist das wenn alles so ist es ist fertig aber ja auch hier liegt Fleisch auch verdorben flaschig Fleisch Prozent sich aufsache was zu fressen der Kamin wir fein kommen mit na ich bin gesellschaft nein trete ich nicht im Kreis nö nö mach ich nie ich hab schon wieder eine Spinne gehört ich höre nur Spinnen komm Hohn vielleicht ist das Hunde eine Spinne ja ich denke auch ich hab dir immer gesagt bring keine Fremden mit ins Haus komm hoch ja ja schon lange komm hoch ja komm ja komm komm rein komm rein ja fein so sieht doch was so komm 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 rein komm komm ach ja ich hab zwei Hühner und ich hab drei Hühner sehr schön ja hast du jetzt mein Dach inzwischen fertig? ja ne und du hast die Treppen verloren ja das auch so vielleicht kannst du jetzt ja aufsammeln so und ich hab immer noch kein Fleisch gefunden was dafür haben wir jetzt drei Hühner ja das ist schön oh find ich auch so weil Hühner brauch ich sie noch in Huhn aber ne das hole ich jetzt nicht ähm so au 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 und bäm das wird ja gar nicht ach da ist Niko ich hab Niko Ab forward rrrrr rrrre rrrr rr rr T1 Niko 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 rrrr so ACTU SRI da rat wie n quero Und hier gibt's so viele Bäume. Ist doch was schön. So. Schön wär's auch, wenn man ein bisschen Salat oder sowas anbauen könnte. Aber wir könnten auch eines Brot machen. Da hätten wir gerade mal was zu einem. Brot hab ich mir schon gemacht. Ach so. Hättest du mich ja auch mal auf die Idee bringen können. Wieso? Du bist doch hier der, der immer alles weht. Das hab ich schon gemacht. So, lobe ich jetzt richtig? Ich lobe. So, ist gut. Äh, wir sind nicht an einem Berg, oder? Wie an dem Berg? Na, ist unser Haus an einem Berg? Noch nie, ne. Gut, dann bin ich die falsche Richtung gelaufen. Also, naja, so ein Hügelchen vielleicht, aber mehr oder weniger. Ja, ne, das war ein bisschen größerer Berg. Natürlich ärgerlich. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich sehe bloß Bäume. Und strafe auf den Bäumen. So, jetzt am Wasser. Wo bin ich? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Um dann festzustellen, in der Realität. Ach so. Ne, du bist ganz selten. Ja, so, du bist immer abwesend. Ja. Jetzt guck ich erst mal. Ach, ich sehe das Haus. Zum Glück hab ich mir so hoch gebaut. Ja, haha, das kannst du, äh, noch für glücklich schätzen. Aber ich hab Hunger. Äh. Und das sind so viele Kühe. Die machen bestimmt Mäh, ne, wa? Genau. Ja, weißt du das? Tja. Was ist denn, wenn ich bloß noch... ...eineinhalb... ...Dinger hab? Ach, Dinger. Äh, ja, gut, dann hast du Dinger. Na, du willst schon, was ich... ...äh, Dings hier. Toll. Was hast denn du jetzt hier gemacht? Na, das wird eh ein Haus. Warum machst du denn du meine Türe zu? Weil wir die nimmer brauchen. Wollen wir jetzt alles mit Erde zumachen? Sieht doch assi aus. Ja, ich hab grad kein Holz. Es tut mir ja leid. Dann, da drüben sind genügend Bäume, hab ich grad festgestellt. Ich hab jetzt keine Zeit für sowas. Und ich hab keine Kohle. Und ich hab keine Zeit. Hast du ne Kohle? Ne. Oder? Doch, die drei Stück noch. Warte. Warte. Wie brauchst du denn? Drei? Alles. Alles. So, da sind wir natürlich extrem sicher. Hust. Ich hätte noch zwei zu bieten. Wir brauchen noch Dreck oder irgendwas, dass wir wenigstens dicht machen können. Oben ist Dach einfach. Und dann kommt hier keiner mehr rein. Schön, oder? Oh, ja. Warum hast du? Ne, du hast auch keine mehr. Hallo? Hallo? Ach, hier ist ja auch noch Rindfleisch. Ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Esse, esse, esse. Na ja, sieht doch gut aus für den ersten Entwurf. Na ja. Ich weiß nicht, ich wir gerade. Was? Du liegst gerade? ich bin ja genau ich hab geschlafen ja das habe ich gemerkt ich habe jetzt zwei ja so ach du scheiße liegt mein dach aus ich gucke mir aber nie an ich habe noch welcher im dach nein habe ich gar nicht hast du wirklich nicht was erzählst du warum habe ich es wie türen oben im dach notausgang das war so abgesprochen mit dem dachdecker guck mal es ist nicht schön ja und hier was ist das das ist kein loch warte was denn das ist kein das habe ich gar nicht gesehen ich habe nur dass es hier rein regnet auf die seite das ist nie mein zuständigkeitsbereich gewesen warum auch immer nicht hast wieso steht denn ein schaf in meiner bude ein schaf ach können wir schafe züchten wieso steht denn das in meiner bude ach das ist hier du bleibst hier das schaf wir haben unser erstes schaf ich habe vier hühner wir haben ein schaf und ich habe vier hühner und ein schaf haben wir oder sieht aber also das haus sieht ja von der seite auch richtig schön aus also wahnsinn wunderbares haus so was brauchen wir denn jetzt eigentlich eigentlich brauche ich mal ein bisschen stein oder so oder ich brauche ich brauch holz wieso brauchst du noch mehr hühner hast du nicht schon zwei vier naja da kannst du doch vervielfältigen ja mach ich auch aber erst mal müsste ich dann ein bisschen ernten wenn ihr dazu kommt sonst ich hatte noch ein bisschen auf vorbereitet hier so warum hast du jetzt hier die verbindung zum dach vom Brunnen weggemacht? No, weil ich das Holz brauchte. Weil ich hab jetzt nämlich Treppen. Ach, genau. Treppen. Huhn, 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 huhn. Komm mit, huhn. Ah! Nein! Oh. Ich glaub, es hat Boom gemacht. Nein, hat's nicht. Wo denn? Ich bin bloß in der Höhle gefallen. Wo ist das Huhn? Das ist tot. Und der Creeper hat das Huhn getötet. Ach ja, sind Zombies wieder. Sind sie nie lieb, die Creeper? Ja, ich bin halt jedenfalls in so ein kleines Loch gefallen und wer stand da so neben mir und Creeper. Ja. Ja, wollt ihr auch mal hallo sagen, Menne? Dann hab ich ihn auf ihn eingeschlagen, dann ist er explodiert. Hab ich einfach auf ihn eingeschlagen? Das ist, wenn man auf dich einschlägt. Wurdest du auch nicht so toll finden. Aber ich würde ihn nicht explodieren. Hast du hier den Sand abgebaut? Ja, weil ich Sand brauchte. Klingt logisch, oder? Ne. Ne, tut's nicht. Äh, wo soll ich jetzt Sand abbauen? Ich hab noch Sand da. Ich weiß nicht, warum du Sand brauchst. Ne, ich brauch auch Holz. Äh, ich dachte Sand. Ne, ne, ich brauch Holz. Aha. Ach, dich muss man nie verstehen, glaub ich. Ach, weil du Holz da hast. Alter, wie ich zwölfe. Zwölfe. Äh, ne, ist viel zu wenig. Ach so. Ich muss ja mein Dach erstmal reparieren. Ist es etwa kaputt? Ja. Wieso denn das? Da sind Löcher drin. Ich hab auch noch Stufen da. Genügend, die ich gerade nicht brauch. Und warum hast du die nicht schon vorhin verbaut? Weil ich das vorhin nie gesehen hab, dass da so noch was ist. Da ist nur ein Riesenloch und das siehst du nicht. Nö. Warum selte ich? Ja. Ja. So, ich bin jetzt... Ja, jetzt muss ich ja hier lang. Sag mal, du hast ja die Wolle immer noch im Mauerwerk. Was? Ja. Da gehst du bestimmt gleich weg. Ich fühlte es mir Wolle gegeben. Was hast du mir vergessen? Sag mal, wo dein Haus als würde, ist. Hab ich doch Wolle genommen, um es zu flicken. Aha. Ja. Na klar. Und alles gut. Gut. Woop, woop, woop. Woop, woop, woop. La, 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 la. So. So. Wunderschön. Jetzt brauche ich eine Tür. Das Schaf ist schon wieder in meiner Wohnung. Das machst du denn schon wieder hier drin? Willst du das Schaf anlocken? Dann nimmst du mit. So. Und hier kommt jetzt noch schön eine Tür dran. Und dann ist die drin. So.